Alice ist ein tapferes Ding, so viel ist sicher. Die Frage, die wir beantworten müssen, lautet, was kann sie dazu zwingen, ihren ersten Wunsch auszusprechen? Glaubst du wirklich, ich werde es dir verraten? Würde ich wirklich glauben, du wüsstest es, dann bliebe dir gar keine Wahl. Ich denke, ich habe etwas gefunden. Der Sturmgrimm. Sein Maul ist so voller Reißzähne, es ist, als würde man zwischen zwei rein scharfer Nägel zerquetschen. Wir wollen sie doch nicht töten, Majestät. Erst wenn wir mit ihr fertig sind. Jafar, ich kenne dieses Mädchen. Furcht. Die Furcht, ihren Cyrus zu verlieren, nur das wird sie zum Ausspruch zwingen. Fahr fort. Ah ja, der Salak. Er wird sie jahrtausendelang verdauen. Genug Zeit, um einen Wunsch auszusprechen. Such weiter. Das wäre was. Dem ist sie hier schon als Kind begegnet. Und beinahe hätte er sie umgebracht. Und laut meinem langohrigen Freund ist er die Quelle schier endloser Albträume. Der Banderschnatz. Das ist es. Das ist die Lösung. Bist du dir sicher? Sieh ihn dir an. Siehst du die Sorge auf seinem Gesicht? Der Banderschnatz ist es. Danke für deine Hilfe, Flaschengeist. Glaubst du, der Grendel ist da drin? Das spielt keine Rolle. Wir haben keine Wahl. Wir werden so oder so hineingehen. Willst du dich mit ihm duellieren? Ich habe schon gegen Monster gekämpft. Du auch? Ich habe Monster bestohlen. Und meine Erfahrung hat mich gelehrt, sie zu besiegen ist nicht halb so gut, als gar nicht erst gegen sie kämpfen zu müssen. Wie kommen wir dann an das Vergissmein nicht ran? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung. Sobald der Grendel rauskommt, gehst du rein, nimmst dir das Seil und läufst los. Wenn wir uns verlieren, treffen wir uns an dem Ort, wo die Flasche vergraben war. Der Plan ist eigentlich ziemlich gut. Du bist wirklich ein Dieb. Ja. Folge mir. Der Trick liegt darin, Ruhe zu bewahren und nie den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ah! Ah! Alice. Will, geht es dir gut? Es ging mir schon besser. Wo sind wir? Ich glaube, in seinem Haus. Genauer gesagt, in seiner Küche. Verzeihung, Sir. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um sich etwas zu wünschen. Es gibt sicher einen anderen Weg. Der einzige Weg hier raus scheint sein Verdauungstrakt zu sein. Du bist doch ein großartiger Dieb. Vielleicht ist es Zeit, es zu zeigen.